Das Schiff Evolution war am Sonnabend von New Orleans, USA, auskommend in Bracke eingelaufen. 20 Tonnen Futtermittel wurden entladen. Nach der routinemäßigen Kontrolle wurden zwei Beamte der Wasserschutzpolizei Bracke von philippinischen Besatzungsmitgliedern angesprochen, als sie den Massengutfrachter gerade verlassen wollten. Diese hätten sich darüber beklagt, dass Arbeitsverträge von Seiten der Reederei nicht eingehalten würden und ein Besatzungsmitglied bereits seit Mai 2015 an Bord sei. Acht Besatzungsmitglieder waren mit der monatelangen Weiterbeschäftigung ihrer bereits abgelaufenen Verträge nicht einverstanden. Zudem erhielten sie seit April nur einen Teil der Heuer. Die von der Wasserschutzpolizei über die Missstände informierte Internationale Gewerkschaft für Seeleute setzte durch, dass die ausstehenden Zahlungen angewiesen wurden. Die acht Besatzungsmitglieder musterten ab, das Schiff kann nun erst wieder auslaufen, wenn die Crew komplett ist. Weiterhin stellte die Polizei fest, dass während der Reise aus New Orleans nach Bracke unzulässigerweise Müll von Bord in die Nordsee eingebracht worden war.